Hohe Nitratkonzentrationen im Aquarium können zu erheblichen Problemen führen. So kann es zum Beispiel zu starkem Algenwachstum oder verminderten Zuchterfolgen kommen. Hier bei Sera haben wir überlegt, wie wir Aquarianern eine einfache, nachhaltige und langfristig wirkende Lösung bieten können. Das ist unser Ergebnis. Sera Siporax Nitrat Minus Professional. Es sorgt dafür, dass Nitrat effektiv reduziert und der Nitratgehalt konstant niedrig gehalten wird. Und so funktioniert es. Die Basis bildet Siporax, unser bewährtes biologisches Filtermedium aus Sinterglas. Das Röhrchen wird umhüllt von einem abbaubaren Biopolymerbein. Dieser steht den nitratabbauenden Bakterien, die im Siporax die perfekte Ansiedlungsfläche finden, als konstante Kohlenstoffquelle und damit als Nahrung zur Verfügung. Mit Hilfe dieser guten Kohlenstoffversorgung können die Bakterien eine ständige Denitrifikation leisten. Der Ball hat aber noch einen weiteren Vorteil. Die durchdachte Konstruktion sorgt dafür, dass der Wasserfluss optimiert wird und damit auch der Stofftransport besser funktioniert. So können die Bakterien optimal arbeiten und das Filtermedium ist nahezu wartungsfrei und besonders langlebig. Nach einer gewissen Zeit ist der Ball aufgebraucht und es muss gegebenenfalls nachdosiert werden. Die Siporax Röhrchen können dann einfach im Filter verbrauchen. Doch nicht nur das Produkt ist durchdacht, sondern auch der Herstellungsprozess. Die patentierten Siporax Röhrchen werden ausschließlich hier in Heinsberg hergestellt und zwar aus recycelten, rückstandsfreiem Glasmilken. Für Siporax Nitrat Minus werden die Röhrchen sowie die Welle in das nur 2 Kilometer entfernte Deinwerk gefahren. Hier in einer Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen werden die Röhrchen und die Welle zusammengesteckt und verpackt. Anschließend geht es wieder zurück zum Sera Logistikzentrum. Beim Aquarianer angekommen landen die Siporax Bälle im Aquarienfilter. Nitrat Minus kann dabei in laufende Systeme eingebracht werden und natürlich auch mit anderen Siporax Produkten kombiniert werden. Sie eignen sich besonders für stark besetzte Gesellschafts-Aquarien oder Zichliedbecken, da hier die Nitratbelastung in der Regel recht hoch ist. Sera Siporax Nitrat Minus Professional Für einen effektiven Nitratabbau Dit und roh imicia für ungefähr时间 22 nach dem Buch Wie viele steht untertomment? Untertitelung im Auftrag des WDR Wir schaffen den Röhrchen und damit,